Das Wechseltheater um Anthony Modest ist beendet. Der 1. FC Köln und der chinesische Klub Tianjin Quanjian haben sich nun doch auf einen Transfer des Top-Stürmers verständigt. Dies bestätigten die Kölner am Mittwochabend ohne Angabe zu Vertragsmodalitäten. Nach Informationen der Bild-Zeitung wird der 29-jährige Franzose für zwei Jahre ausgeliehen. Die Gebühr soll 6 Millionen Euro betragen. Danach haben die Chinesen angeblich eine bindende Kaufoption über 29 Millionen Euro.